Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video werde ich dir 10 Sportwagen zeigen, die einen richtig nicen Sound haben. Falls du auch noch einen Sportwagen hast oder ein anderes Fahrzeug in GTA, was einen richtig nicen Sound hat, schreib es mir doch in die Kommentare. Ansonsten teile dieses Video mit deinen Freunden und an dieser Stelle will ich nicht viel rumlabern. Los geht's! Auf Platz Nummer 10 haben wir den VSTR. Der ist auf jeden Fall ganz nice vom Sound, ziemlich deep, das gefällt mir auf jeden Fall, hört einfach selbst. Im Übrigen, falls ihr das Turbo-Geräusch nicht mögt, installiert den Turbo einfach nicht. Ah! Ah! Platz Nummer 9, ZR380, er knallt ganz schön und neben den schönen Knallen hat er einen sehr interessanten und gut klingenden Turbosound und das gefällt mir hier besonders. guck, isser den Turbosound . Es wird fangen, aber es wird schlafen. Ich warte. Nummer 8, der Buffalo S. Der Buffalo S ist im Übrigen das Auto von Franklin und allein deswegen sollte das hier schon auf der Liste stehen. Es klingt eher wie ein Muscle Car, vielleicht auch ein bisschen dieper als Muscle Car, ist allerdings hier ein Sportwagen, deswegen ist hier auch hier in dieser Liste drinnen. Platz Nummer 7, Paragon R. Ja. Sollte Nummer 6. Und wenn man Gas gibt, dann haut der Sound hier auf jeden Fall so richtig rein. Nummer 5. Gewittert es draußen? Nein, es ist ein Schlagen getee! Nummer 6. Nummer 6. Nummer 6. Nummer 6. Platz Nummer 4. Nummer 7. Nummer 4. Das war's. Platz Nummer 3, Komoda. Er schreibt förmlich und möchte gehört werden. Stilf 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 20. Platz Nummer 2 Schäfter V12 Hier erstmal ohne Turbo, weil der Turbosound ist hier ziemlich laut Und ich wollte einfach mal so ein bisschen die Difference herholen Mit oder ohne Turbo Und gleich gibt es ihn auch nochmal mit Turbo Ich persönlich würde sagen, mit Turbo klingt nicer Weil ich das Turbo Geräusch einfach nice finde Aber ohne Turbo geht er auch vollkommen klar So und jetzt hier nochmal mit Turbo So, wohlverdienter Platz Nummer 1, der Jugula So, wohlverdienter Platz Nummer 1 An dieser Stelle würde ich sagen, gebt den Like-Button ein High-Five Das war's von mir, ciao, haut rein!